Wie fühlt es sich an, mit so einer guten Tabellenplatzierung jetzt endlich mal auf dem Freimarkt zu sein? Merkt man da einen wirklichen Unterschied? Ich bin jetzt gerade erst angekommen, aber ich merke schon an den Fragen, an Ihren Fragen, dass es einen Unterschied gibt. Ich glaube auch, die Stimmung ist schon etwas ausgelassener, etwas entspannter als in den vergangenen zwei Jahren. Ich glaube, das ist auch okay. Wir können das heute Abend genießen und freuen uns auch, dass wir da stehen, wo wir stehen im Moment. Wohl wissend, dass es noch eine lange Saison ist und dass wir auch noch nichts erreicht haben. So hart das klingt, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir etwas erreichen werden. Wir haben ambitionierte Ziele formuliert und der Start zeigt, dass sie realistisch sind und mehr kann man jetzt noch nicht sagen. Wie wird der Abend denn hier noch verlaufen für die Spieler und Sie persönlich? Gibt es da heute besondere Regeln, mal längere Ausgehzeit, falls es so etwas gibt? Dafür ist der Trainer verantwortlich, damit habe ich nichts zu tun. Die Geschäftsführung kann so lange bleiben, wie sie will. Dafür ist der Aufsichtsrat verantwortlich. Vielen Dank und eine schöne Zeit.